Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Rebel Galaxy. Ich habe gerade das Geld von der letzten Mission abgeholt und ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir auch viel gehört haben. Und joa, ich bin mal gespannt, wie schnell ich jetzt noch ein bisschen Kohle zusammen bekomme. Ich habe mir nämlich überlegt, oder ich denke momentan darüber nach, wie viele Folgen ich eigentlich machen soll. Wenn man es mal genau nimmt, ist das Spiel ja jetzt eigentlich durch. Ich habe so ziemlich das größte Schiff. Ich habe in Anführungszeichen somit die besten Waffen. Natürlich kann ich jetzt noch MK6 alles ausrüsten, aber das wird noch eine Weile dauern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so... Alter, hat das gerade geruckelt. Ob das jetzt so mega interessant werden wird. Weil, wenn man es mal genau sieht, machen wir eigentlich dann nur noch das gleiche die ganze Zeit. Deswegen, ich bin echt am überlegen, keine Ahnung, bei 70 Folgen oder so Schluss zu machen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 75, 80. Aber es... Ich glaube, es ist irgendwann mal genug. Es gibt noch andere schöne Spiele auf der Welt, die gespielt werden wollen. Zum Beispiel habe ich mir gestern eins im Steam Sale gekauft. Da würde ich gerne mal von euch wissen, weil das mal wirklich was ganz anderes ist, ob ihr da Bock drauf hättet, dass ich das mal zocke. Und zwar habe ich mir gestern Age of Empires 2 HD im Pack gekauft. Und da ist auch das neue Add-on African Kingdoms dabei. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich habe noch nie ein... Ähm... Ja... Strategiespiel. Oder... Doch. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie ein Strategiespiel gemacht. Und... Doch, stimmt. Jetzt hat es mal ein... Eins meiner allerersten... Ähm... Meine allerersten LPs waren Strategiespiel. Könnt ihr mal schreiben, würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr da Bock drauf habt. Ich werde das jetzt wahrscheinlich... Heute oder so mal versuchen. Und mal ein bisschen testen, das Spiel. Ob das auch was hergibt. Aber ich gehe eigentlich mal stark davon aus. Age of Empires 2 war... Vor... Lasst mich bitte kurz überlegen. 16 Jahren oder so. Kommt das hin. Auf jeden Fall war damals schon ein geiles Spiel. Das wird nicht schlechter geworden sein. Wobei die KI wohl ein bisschen kacke sein soll. Aber laut GameStar... Ähm... Beziehungsweise laut dem GameStar... Ähm... Test... Soll das Add-on wohl richtig gut sein. Also... Ich kann es jetzt, wie gesagt, momentan noch nichts zu sagen. Aber soll wirklich nicht schlecht sein. Und... Ich finde Age of Empires geht immer. Vor allem das 2 Jahr. Also... Meine Freunde und ich, wir machen... Also beziehungsweise versuchen einmal im Jahr ungefähr noch einen Laden hinzubekommen. Und da spielen wir halt eigentlich nur alte Spiele. Wir spielen meistens Battlefield 1942. Ähm... Age of Empires 2. Und... Ähm... Wenn... Ähm... Wir irgendwoher noch eine Lizenz oder ein Key oder sonst irgendwas kriegen... Spielen wir auch manchmal noch Empire Earth. Weil das ist auch richtig Sahne. Also mit vielen Leuten Empire Earth spielen... Das ist echt spaßig. Weil das halt einfach ein bisschen größer ist als Age of Empires. Und... Man weiß mittlerweile irgend so, wie jeder von meinen Kumpels spielt. Also meistens machen wir das in letzter Zeit nur noch tatsächlich zu dritt. Weil sich die Freundeskreise hier immer so ein bisschen weiterentwickeln. Ich spiele dann meistens mit Luftwaffe so... Beziehungsweise... Na ja, kommt ein bisschen drauf an. Ich habe zwei Spielarten bei sowas. Entweder... Äh... Spiel ich mit ganz, 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 ganz vielen kleinen Einheiten. Kleinen, billigen Einheiten und Zerge quasi. So wie man es bei StarCraft mit Zerkling macht. Oder... Ich spiele Luftwaffe und gehe dann auf Atombomber. Atombomber und taktische Bomber, um die Luftabwehr auszuschalten. Und damit fahre ich immer ganz gut. Gut, dann ein anderer Freund von mir. Das ist ein großer Fan von Schiffen oder generell von Kriegsmarine. Der spielt dann logischerweise mit Schiffchen. Und mein anderer Kumpel, der... Ja, der verschanzt sich immer so ein bisschen. Der wartet dann quasi immer, baut eine ordentliche Wirtschaft auf. Man denkt immer, okay, der wird uns nichts abkönnen. Dann greifst du ihn an und dann wischt er quasi wie eine Pech hast mit dir den Boden auf. Und das relativ schnell. Ach, das ist ein Veriax-Dingsbums. Haben wir eben schon gedacht, was ist das denn für ein Teil, ey? So, kümmern wir uns da mal drum. Das sind quasi die letzten Überreste der Veriax in diesem System. Den Rest habe ich ja rausgeputzt. Da, nochmal 1 und ein Veriax-Dingsbums noch da. Alter, gerade Ruppels. Was ist denn hier los? Das ist nicht in Ordnung. Weg damit. Komm schauen. Hier sind ganz schön viele kleine Schiffchen gerade unterwegs. Wo kommt die denn alle her auf einmal? Wart ihr schon hier im System? Und ich habe euch einfach nicht gesehen. Weil ich mal wieder zu faul war auf den... Alter. Das ist gerade anscheinend ein bisschen viel für meinen PC. Also übrigens Rebel Galaxy, das habe ich ja schon mal erzählt, ist eins der wenigen Spiele, die ich noch auf meinem alten PC aufnehme, beziehungsweise sogar aufnehmen muss, weil hier die Speicherstände drauf sind und ich ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen bin und auch noch keine Lust dazu hatte, die Spielstände zu suchen. Deswegen ist das hier noch auf meinem alten PC. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Hilfe bekommen. Hier sind nämlich auf einmal blaue Punkte. Sieht mir verdächtig nach Miliz aus. Oh, hier liegt gerade schönes Zeug rum. Bin ich hier eigentlich schon durch? Fällt mir gerade mal so auf? Oder muss ich hier noch irgendwas zerstören? Nein, ich bin noch nicht durch. Sieht mir, verdammt, Alter. Du bist ein dreckiger Bauer. Warum hängst du denn... So, das könnte ich überhaupt nicht leid. Warum hat er sich dann an mich dran gerammt, der Idiot? Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was da ist. Einfach alles aufsammeln. Der ist zu weit weg, kann das sein. Ich muss ein bisschen näher ran. Space Slay, sie nehmen wir doch glatt mal mit. Auch wenn ich nachher bestimmt wieder Stress mit der Miliz bekommen, aber was willst du machen? Boah, der ist schnell. Beziehungsweise mein Schiff ist langsam. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich, bevor ich dieses Spiel hier beende im Let's Play, ob ich nochmal irgendein schnelles Schiffchen komplett mit anderen Ausrüstungsteilen ausstatte. Irgendwie, es gibt ja noch dieses ominöse Ramm-Schild. Dann quasi alles so so bauen, so Hit-and-Run mäßig. Schnell ran, schnell wieder weg. und während ich nah dran bin, so den höchstmöglichen Schaden verteilen. Da muss ich mal überlegen, was dazu alles notwendig wäre. Scheiße, das Ding ist viel zu klein, ey. Boah, weg damit. Viel ist nicht mehr hier. Doch, da ist noch irgendwas Großes rot, das habe ich gerade gesehen. Der ist zu weit weg. Dach, das ist ja noch eine ganze Facility, die dann noch da ist. Oh, da ist ein Container, sehe ich gerade. Den hole ich mir gleich noch. So, und einmal Feuer drauf und weg ist das Teil. So. Und jetzt alle mal Daumen drücken, dass irgendwas richtig geiles, wertvolles drin ist. Die Mission hat ordentlich Geld gegeben, sehe ich gerade. 1,3 Millionen, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Läuft. Bitte, bitte, bitte. Ausrüstung, Ausrüstung. Ist ja wohl ein Scherz. 2000 und Data Cubes und Robots. Das ist ja wohl ein Witz. Oh, hier war wieder so ein verkackter Minenleger unterwegs. Kann ich überhaupt nicht leiden, ey. Ach du Scheiße, 10.000 Entfernungseinheiten bis zu der Mission da hinten. Ne, das könnt ihr euch mal schön die Haare schmieren. Da fliege ich erst zu dem da. Das ist ja wohl näher. Viel näher. Ihr könnt ja mal, ähm, in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Wünsche an mich hättet, was ich hier in Rebel Galaxy noch so tun soll. Oder ob ich euch noch irgendwas zeigen soll. Woran hättet ihr denn noch Interesse? Also ich denke, ich habe das meiste eigentlich schon gezeigt. Kämpfen, logischerweise, ist klar. Handeln bin ich ja mittlerweile auch so mehr oder weniger eingestiegen. Einfach billig einkaufen, teuer verkaufen. Obwohl ich es natürlich jetzt nicht so exzessiv mache, dass ich mir dann immer die alten Preise hier auf der Map angucke. Aber ich komme mir auch so ziemlich gut zurecht. Und wenn halt grün ist, verkaufe ich. Wenn rot ist, verkaufe ich nicht. Ich könnte natürlich noch viel mehr Geld machen beim Handeln, aber so geht es ja auch. Das einzige, was ich euch noch nicht wirklich gezeigt habe, weil ich da ehrlich gesagt noch keine Ahnung von habe, ist Mining. Aber da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr mich mal meinen sehen? Weil ich halte es persönlich eher für sehr, sehr, sehr langweilig. Genau wie bei X muss man sagen, dauert es extrem lang, bis man da mal eine halbwegs verkaufmähige Menge gemeint hat. Deswegen, also wenn ihr jetzt irgendwie fünf Leute sagen, doch, zeig mal, geh mal meinen, geh mal meinen, dann mache ich das natürlich auch gerne, aber würde für mich persönlich jetzt erstmal nicht irgendwie auf einer Liste ganz oben stehen. aber wenn ihr das wollt, kein Problem. Aber man muss sagen, das Spiel ist halt schon echt darauf ausgelegt, dass man hier kämpft, 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 bis zum Umfallen. macht ja auch am meisten Spaß. Und jeder, der was anderes erzählt, labert scheiße. Aber ich habe heute, manchmal, wann war das heute? Oder gestern Abend, habe ich einen Kommentar gelesen, dass es, ich weiß auch nicht mehr, wer es geschrieben hat, mir wird es besser gefallen mittlerweile, als das X-Universum. Gut, man muss ja sagen, also X haben sie ja vor allem auch mit X-Rebirth quasi getötet, Gnadenstoß gegeben. Ich finde, man kann die Spiele nicht hundertprozentig vergleichen. Bei X hast du halt ein ganz anderes, ja, System eigentlich. Also allein vom Fliegen her und sowas. Bei X kannst du ja hoch, runter und was weiß ich nicht fliegen. Man kann meiner Meinung nach bei X viel, viel weniger in seinem eigenen Schiffchen machen. Und das hier ist, und das ist ja meiner Meinung nach das Hauptaugenmerk bei diesem Spiel hier. Das Schiff aufzurüsten ist meiner Meinung nach bei X nicht unbedingt der Fall. Aber klar, also, klar, man kann es vergleichen, aber ich würde nicht sagen, dass das hier, das Spiel hier jetzt ein besseres X ist. Das ist einfach ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, mir macht es auch mehr Spaß als X. Also da lässt sich nicht dran rütteln. Was wir aus X gemacht haben, ist nicht mehr feierlich. Ich bin mal gespannt, wie lange X auch noch weiterentwickelt wird. Und ich bin auch mal gespannt, ob hier bei Rebel Galaxy irgendwann nochmal das dazu kommt. Sei es von mir aus eine weitere Karriere oder Kampagne oder wie man das nennen will. Multiplayer wäre halt der Hammer. Weil das Spiel kannst du super gut in einem Multiplayer-Universum spielen. Genauso wie X im Prinzip. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn sie sowas nachschieben würden. Aber es gibt so viele Spiele, wo ich gerne einen Multiplayer drin hätte. Aber er wahrscheinlich niemals kommen wird. Wobei, man soll niemals nie sagen. bei Lass mich kurz überlegen. Was ist ein gutes Beispiel? Sir, you are being hunted. Leute, die schon ein bisschen länger bei mir auf dem Kanal unterwegs sind, die kennen das vielleicht noch ganz gut. Das war eine ganz große Geschichte. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Da gibt es mittlerweile auch einen Multiplayer-Modus. Da wollte ich eigentlich auch Videos von machen. Aber als ich den dann ausprobiert habe, muss ich sagen, fand ich den nicht so wirklich prickelnd. Deswegen habe ich es gelassen. Aber da gaben auch irgendwann Multiplayer. Obwohl es anfangs, glaube ich, hieß, ja, vielleicht. Vielleicht machen wir einen. Aber vielleicht halt auch nicht. Aber hier könnte ich mir echt gut vorstellen. Schöner Multiplayer. Einfach nur ein bisschen gegeneinander brawlen. Von mir aus auch so ein bisschen MOBA-like. Würde vielleicht ganz gut passen. Warum nicht? Aber gut. Das ist alles... Ja gut, was heißt Zukunftsmusik? Man weiß nicht, ob es überhaupt Zukunftsmusik sein kann. Könnte auch nur eine Hoffnung von mir sein. Gibt genug Spiele, wo kein Multiplayer spendiert bekommen. Wo es sich aber logischerweise auch hin und wieder mal anbieten würde. So. Das hier ist jetzt das letzte, was ich heute mache. Hier diese kleine Flotte von Milizdeserteuren auseinandernehmen. Das sollte eigentlich eine Sache von ein paar Sekündchen sein. Außer ich muss hier jedes einzelne Kackschiff abschießen. So. Nummer 1. Äh, nehmen wir mal 2. Oh. Die haben sogar schon... Die haben mir sogar schon die Schilder runtergeschossen. Das ist aber nicht nett. Das ist nicht nett. Mache ich ja bei euch auch nicht. Aber die sind echt nicht mehr interessant eigentlich für mich. Es gibt keinen, wo ich sage, oh nein, oh nein, hab ich Angst. So. War's das? Jupp, das war's. Das ging schnell. Könnt ihr jetzt natürlich noch die ganzen Waffenplattformen wegschießen, aber ganz ehrlich, was hab ich davon? Ich sammle jetzt noch hier auf dem Weg raus das ein oder andere Handelsgut ein, damit ich weg. Ihr Penner, macht doch, was ihr wollt. Sind ja wahrscheinlich eh unbemannt, diese Waffenplattformen. So. Ach man, die haben mich wieder gestunnt, wie ich es liebe. Komm schon. Aber ein Glück hat meine Deflektor-Schilde mittlerweile ewig. Kann ich mir nicht beschweren, ey. So. Und jetzt würde ich gerne springen. Geht aber noch nicht. Komm, ich hab doch schon ewig keine Ionen-Rakete mehr abbekommen. Weg hier. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. So. Immer noch. Jetzt geht's. Tschüss. Und damit auch bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.